Ja, und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von dem Let's Play, es ist jetzt gut, was auch. Ich habe schon in den... Mal kurz weggehen hier, das wird ein bisschen zu nervig. Ich habe ja in den anderen Parts gesehen oder gehört, dass ich da viel zu leise bin. Deshalb brüll ich gerade auch ins Mikro rein. Ich habe ein Mikro verstärkt, wenn es jetzt zu laut ist, tut es mir leid, aber ich werde es mal ein bisschen niedriger stellen, so auf 5 und 5 und 5. So, jetzt müsste es einigermaßen klappen und ja, in den letzten Dorn wollten wir ja dazu kommen auf das Schloss gehen, aber da müssen wir dieses Borgerturm da hinten anzünden, was noch nicht klappt, weil wir noch nicht dieses Gebiet freigeschaltet haben. So, und deshalb würde ich mal sagen, wir machen mal die nächste Mission und freuen uns eines Kekses. Warum? Ich muss noch kurz was machen, wir mal kurz die Medizin holen. Aber irgendwie... So. Wir machen dann mal die nächste Mission, wa? Was war das da gerade? Die ist hier mal durch die... Aha. Okay. Schwiert, ja. Da komme ich ja nicht ran. Da komme ich nicht ran. Warte, Athlet. So. Nächste Mission. Etzio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Machia Valley durch Ruhm begleiten und verschiedenen Gefahren auf dem Weg begegnen. Akzeptieren oder ablehnen? Hm. Akzeptieren. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Ja, das ist ja so eine langweilige, müssen wir aber nur verfolgen. Wo geht mir nicht los? Bis, es ist irgendeine Stelle, wo man dann verteidigen muss. Dann nochmal verfolgen und dann, ja. Nächste Mission. Ich finde es auch richtig lustig. Es wäre eine Weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ich finde es auch richtig lustig, dass... Ich habe meine Klinge. Es... Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Mich immer unterbricht. Grazie. Als mein Schuldner, hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich hier begegne, lasse ich es euch wissen. Mein Headset. Das linke Ohr knackt immer. Nur die angelegten Kunden beehren dieses Geschäft. Die Elite weit. Hey. Was ist das denn so? So, es gibt es die... Ah, eine Rüstung. Wollen wir uns mal die römischen Schulderteile kaufen? Gesundheit plus eins. Widerstand plus drei. Ja, einfach mal kaufen, oder? Haben wir genug Florien? Eine kleine Waffe. Uh, ist die nett. Oder Gillette. Kann man sich schon rasieren mit. Auch einfach mal kaufen. Investitionen. Kann man also machen. Investieren. Risikofaktor gering. Übrigens ist 15 Minuten. Ja. Ach, ich hab nicht genug Geld. Verstehe. Eure Münzen scheinen nicht zu sein. Nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die... Borgia-Familie... ...erheben. Und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteriggion. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden? Und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Wille. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nicht. Er tötete seinen Bruder in Hand und Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich im Rand. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Stau. Und der König von Frankreich steht ihm zur Selle. Nenn mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heeres. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber er zählt. Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es seinen Willen durchzusetzen. Warum blockst du mich hier eigentlich? Ein Wettmustalent heutzutage. Was war denn der Kack? So, und falls ich in dieser Aufnahme zu leise oder zu laut bin, werde ich es halt in einem nächsten Aufnahme korrigieren. Bis das Optimum erreicht ist. Und was ich jetzt lustig finde, ist, dass einfach Ubisoft den Himmel fotografiert und einfach einfügt. Hier, echte Wolken. Echter Himmel. Einfach abfotografiert. Aber warum ist es so hell eigentlich? Muss das so sein? Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist gesetzt? Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Den Borgia hat man töten. Ich will doch reinrennen und den töten. Warum denn dann wieder rausrennen? Wo ist denn der jetzt? Mann, ich kann ja nix... Ich hab's Waffe ausgewählt. Ja. Der erste ist weg vom Fenster. Der zweite auch. Der zweite auch. Auf den Hauptmann einfach aufhacken. Sagen wir, bis er stirbt. Geht das nicht, oder? Wenn ich mal trete? Voll in die Säcke. Woher kann man was lernen? Ich lebe jeden Tag, als wär's dein Letzter. Wie viel geschlagen? Morgen könntest du schon überfahren werden. Hä? Viel geschlagen? Versteh ich nicht. Kann ich ihn irgendwie anbrennen jetzt? Ich warte ja erst mal noch. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Ich find' gut, dass wir genau die gleiche Synchronstimme genommen haben, wie in Teil 2. Von Ezio Auditore. Komm ich da hoch? Nö. War da. Ach nee, da. Da, 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 da. Den Borgia-Turm in Brand stecken. Ja, jetzt! Ah. Der brüllt nur noch so rum. Komm ich denn jetzt? Hilfe! Danke! Danke! Jetzt reicht's mit mir. Mit dir. Mit dir. Du siehst ja keinen offiziellen Weg nach oben. Da. Warum kommt man so leicht geht? Gut. Was ist das hier? Ja. Ah. Ja. 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 Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch.